hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin deine lehrerin und heute wir lernen seelen von nummer 6 bis nummer 6 nummer 6 bedwetet vergebung wenn sie lebensweg ist 6 gottes verbegung mit anderen leuten nummer 7 nummer 7 graf graf bedeutet dank dankbarkeit dank dankbarkeit ich bin dankbar dankbarkeit hoffnung niemals gute dinge als selbstverständlich ich hoffe dass bessere tage bevorstehen egal wie der status ist ich hoffe dass bessere tage bevorstehen egal wie der status ist nummer 9 nummer 9 ist gottliche einkäbio einkäbio du bist der humanitäre wenn sie lebensweg ist 9 sind wenn sie lebens lebensweg ist 9 dann du bist der humanitäre nummer 10 bedwetet nummer 10 das ist jod bedwetet freudiges leben viele freudige aktivitäten aktivitäten nummer 11 freudiges leben viele freudige aktivitäten nummer 11 freundlichkeit mit gefühl gegenüber sich selbst und anderen nummer 11 nummer 12 bedwetet liebe besitzt alles liebe besitzt alles und das ist alles wir heute ich hoffe alles ist in ordnung mit euch willkommen auch Nein wir sehen auch ir mutual etwas